Aus dem zukünftigen Lernen Der Mensch lernt nichts aus seiner Vergangenheit, weil er effektiv alles, was geschehen ist, schnell vergisst und es ihn nach dem ersten Grauen nicht abschreckt, sondern weiterhin gleichgültig macht. Folglich er einzig dadurch lernt, was er in Zukunft für sich selbst, sowie allgemein für die Umwelt besser macht und an neuem Guten selbst erarbeitet und erwirbt.